Hey, ich bin 24 und finde Kevin extrem ansprechend, du Süßer. Willst du seine Nummer haben? Ich lese dir vor. Geben wahrscheinlich eine Chance gegen mich. Wie alt sind die beiden eigentlich? Beide sind 21. Wie alt seid ihr Cello und Kevin? Das hast du ja schon vorgelesen. Das ist seine Nummer, falls ihr den Kreis will. Schreibt dem alle einfach mal eine WhatsApp. Ich wiederhole. 0176. Habe ich schon jemand geschrieben? Nein. Echt nicht? Ich blockiere alle. Schreib mal, ruf an oder so. Ruf dir doch einfach kurz an, wir reden wieder. Echt? 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 Sag mal. Echt? 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 Und wir werden hier grad von bestimmt 20 Leuten angerufen. Ja das ist gar nicht nur mein Handy. Ey schreib die Nummer nochmal. Danke Bruder. Ey das ist doch, ey der Stream ist schön. Das sah doch klar so aus, wenn ihr dabei seid. Gerischer Alten. Alter der Stream ist mega witzig, kann ich mehr. Jungs spendet mir. Für 100 Euro kriegt jeder meine Nummer. 0176. Der Geier hat sogar für. Ich will jetzt alle anrufen. 1 Cent pro Spendiger, dann Red North Day. Was ist der eine auf dem Whatsapp Bild Cello? Hast du eins mit Cello drin? Soll ich deine Nummer in irgendwelchen Gruppen spammen? Ja soll ich bitte spammen. Seine Nummer überall. So Kevin hat es geschafft, ihr habt es geschafft. Sein Handy komplett kaputt zu machen Jungs. Kevins Handy ist jetzt kaputt. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Ey Chef, die musst du bei Jungs nicht mehr haben. Ich geh gar nicht mehr. Guck mal, ich kann nichts mehr machen. Der kriegt keinen seinen Whatsapp anrufen. Jungs der theorisiert den Knallhart. Jungs. Jungs. Ob es jetzt an arme Kinder in Afrika geht oder hier. Mitten aus der Christmas Special Shepstrasse. Woher haben die meine Nummer alter? Jetzt verliere ich das halt. Was? Was machst du halt noch so? Was machst du halt noch so? Ja dann mal ganz kurz. Ey.